Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem kleinen Video über den World Hockey Manager. Ich habe schon mal zwei Videos über den World Hockey Manager gemacht, ist ein bisschen her, drei Jahre insgesamt sollten es inzwischen sein. Hat sich viel geändert seitdem, die Videos sind allerdings immer noch ziemlich stark, also ich kriege immer noch pro Woche so 10 bis 20 Aufrufe auf den Videos, was wirklich insane ist irgendwie. Und ich dachte mir, wenn es so krass gefragt ist momentan wieder, dann mache ich einfach mal wieder ein Video dazu. Ich versuche das Mikrofon ein bisschen näher in meinem Mund zu halten, sodass ihr mich gut verstehen könnt. Ich habe schon zwei Videos auf diesem Kanal über World Hockey Manager gemacht, wie gesagt. Einmal allgemeine Übersichten und so, ein bisschen Spielmechaniken. Ich möchte euch allerdings, weil sich so viel verändert hat, wieder eine allgemeine Übersicht über dieses Spiel liefern. Wir sind auf dem Homebildschirm und wir sehen jetzt hier ganz, ganz viele verschiedene Dinge. Ich gehe mal davon aus, dass ihr Anfänger seid, dass ihr durch dieses Spiel frisch gedownloadet habt, schon ein bisschen selber rumgeschaut habt und schon ein bisschen Erfahrung gesammelt habt. Deswegen werde ich jetzt nicht alles komplett erklären, aber klar, oben rechts sind Münzen, die mit Echtgeld zu erwerben sind oder eben durch gewisse Pakete zu bekommen sind. Diese Pakete seht ihr unten rechts, dort wo es gelb leuchtet, da ist der Shop. Dort könnt ihr ja jeden Tag Gratis-Deals bekommen, auch Sponsorenkarten sogenannte. Dann kriegt ihr mal zwei Münzen, eine gewisse Anzahl an Geld und verschiedene Karten, die ihr für verschiedene Sachen braucht. Diese Karten befinden sich auf der oberen rechten Seite. Dort seht ihr jetzt meine Karten, Energie, Moral, Doktor und eben auch verschiedenste andere Karten, auf die ich aber in weiteren Videos dann eingehen möchte. Dort habt ihr also euer Inventar, wenn ihr auf die andere Seite schaut, wo der Briefumschlag ist. Dort seht ihr die World Hockey Manager News, für manche ganz interessant vielleicht. Ihr seht jetzt auch zum Beispiel oben einmal natürlich die Einstellungen. Ihr seht mein Level, hier seht die Stufe meines Managers, in Stufe 31. Hier seht ihr das Geld, was ich jetzt habe, 21,4 Millionen. Geld sollte generell nicht euer Problem in diesem Spiel sein. Geld ist über vielfältige Arten und Weisen zu bekommen, dadurch, dass ihr spielt, dadurch, dass ihr weitere Spiele macht, Challenges. Aber ihr könnt zum Beispiel auch Karten verkaufen für Geld, zum Beispiel Team-Energie-Karten kann ich einmal verkaufen. Ich habe eine Menge, 50 Stück, da verkaufen wir einfach mal 10 Stück. Ihr seht 130.000, kriege ich schon dazu. Also es geht relativ schnell. Münzen beschleunigen eben Prozesse und können mit Echtgeld erworben werden. Da solltet ihr häufiger mal einen Mangel haben und solltet schauen, dass ihr damit gut haushaltet, denn die gehen schnell weg. Und mit Echtgeld kaufen, das ist nicht sinnvoll. Lasst das also lieber. Dann, ihr seht mein Team, die Augsburger Panther 1878 oder Augs Panther 1878. Damit seht ihr natürlich auch schon als eventuelle Eishockey-Fans ganz klar, welchen Verein ich hier unterstütze. Ihr seht hier zum Beispiel auch meinen größten Sieg, meine höchste Zuschauerzahl. Einfach ein paar Stats, die ganz nett sind zu wissen. Gespielte Partien, längste Siegesträne und so weiter und so fort. Ist ganz nett gegründet am 3.12.2019. Aber ich habe nicht durchgespielt. Ich habe das erste Jahr lang ungefähr gespielt. Ich habe dann jetzt ungefähr drei Jahre Pause gemacht und habe dann jetzt wieder angefangen zu spielen, eben kürzlich. Ihr seht die Spielzeiten. Ich bin momentan in einer sehr schwierigen Liga. Eine Liga mit vielen Teams, die deutlich besser sind als ich. Hier konnten wir mal ein Spiel gewinnen mit 2-1. Aber generell seht ihr schon, das ist hab ich. Kommen wir auch gleich schon zur Liga. Oben rechts All-Star-Liga seht ihr eben. Ich bin in der All-Star-Liga. Es gibt verschiedene Ligen. Ich bin gerade in der All-Star-Liga 4. Dort seht ihr zum Beispiel die Tabelle. Ihr könnt aber auch schauen, was gibt es noch. Gold-Liga, Silber-Liga, Bronze-Liga und so weiter. Ihr seht auch die Team-Durchschnitte von diesen Ligen. Zum Beispiel Gold-Liga-Team-Durchschnitt 52 Sterne. Und jetzt bin ich ja All-Star-Liga 4. Meinen Team-Durchschnitt seht ihr auf der linken Seite. Augspanther, 1878. Hier seht ihr 54 Sterne. 54 Sterne ist mein Team-Durchschnitt. Und ihr seht schon, mein nächster Gegner für morgen hat 68 Sterne. Das erklärt so ein bisschen auch der Grund, warum ich so viel verliere momentan. Darunter haben wir noch die Fan-Zone. Ja, Fan-Zone Augsburger Panther. Aktuelle Spielzeit oder alle Spielzeiten. Gesamt, was ich einkassiert habe, an Punkten dafür. Wir sehen ja als Ben Berlin auf Platz 1. Gut, auch nur hier. Düsseldorfer EG auf 2. Mannheim 3 und so weiter und so fort. München 4. Und Augsburger Panther natürlich 11. Das ist natürlich schön. Des Weiteren sehen wir in der Mitte immer unser nächstes Ligaspiel angezeigt. Wir sehen unsere Stärke. 60 im Angriff, 58-8 in der Defensive und 54-7 im Tor. Und der Gegner hat eben 71, 66 und 66. Hier können wir auch noch schnell vor der Partie einstellen, wie unsere Spieler spielen sollen. Aber dazu zeige ich euch gleich mehr. Ist natürlich sehr interessant. Wir können auch hier unten noch in Vorbereitung gehen. Hier sehen wir zum Beispiel unsere Energie, auf welchem Niveau die ist, auf welcher Moral die ist. Ihr solltet immer schauen, dass wenn ihr in ein Spiel reingeht, ihr beides möglichst hoch habt. Ihr könnt natürlich auch das Ganze boostern mit Karten. Dafür tippt ihr einfach drauf. Nehmt eine Karte. Jetzt habe ich es nicht voll bekommen. Muss ich noch eine Karte nehmen. Ist immer noch nicht voll. Also am besten gleich eine Karte nehmen, die adäquat das auffüllt. Aber diese Karten, sage ich jetzt mal, sind nicht so selten. Also man kriegt davon am Tag bestimmt 10 Stück. Deswegen, wenn man die mal nicht so ganz haushält, ist das jetzt auch nicht so wichtig. Moralsteigern tun wir jetzt auch. Diesmal richtig. 25 Prozent. Damit sind wir jetzt auf 95 Prozent vorbereitet. Hier unten könnten wir noch trainieren. Tägliches Training habe ich allerdings schon absolviert, wie ihr seht. Hier ist auch ein Trainingsprotokoll, wo ihr schauen könnt, okay, was für Spieler welche Fähigkeiten gesteigert haben. Heute zum Beispiel das Training von Nöbels oder allgemein das Akademie- oder Normaltraining. Ihr seht immer 20 Prozent Energie gehen weg. Ihr seht, wie gut das Training eben immer verlaufen ist. Genau, auch eine schöne Sache. Wir sehen hier unten dann, wenn wir runtergehen, noch Missionen. Ja, wir können Missionen machen. Wir können Errungenschaften freischalten. Das ist natürlich immer eine schöne Sache. Wir können hier auch Herausforderungen machen, Spiele in Folge gewinnen. Alles immer sehr schön. Wir können spielen. Darauf kommen wir gleich. Es gibt dann die täglichen Missionen. Wenn wir sieben Spiele gewinnen, eben können wir Münzen freischalten oder eben am Ende auch ein Challenge-Paket, was eben auch schön ist. Gehen wir jetzt ganz nach unten links. Hier sehen wir die Liga, also die Ligen, verschiedene Ligen, denen wir beitreten können. Ich bin in keiner Liga. Man könnte allerdings hier Ligen suchen und denen beitreten. Jetzt sehen wir hier zum Beispiel ein paar Ligen. Ich könnte auch noch eine Liga suchen. Zum Beispiel, weiß ich nicht. Könnt ihr mal eingeben, Panther. Vielleicht gibt es eine Panther-Liga. Panthers, Augsburger Panther. Da gibt es auf jeden Fall eine Liga. Können wir uns die mal anschauen. Bern, Keller Bulldogs. Augsburg, RC Bulldogs. Schönleiter Stiere. Da könntet ihr drin spielen, um weitere Spiele zu spielen. Gibt aber bestimmt noch sowas wie die DEL, denke ich mal, die deutsche Eishockey-Liga. DEL Germany. Genau. 1000 Kronen. Ich weiß noch gar nicht genau, was das bedeutet, dass hier Kronen sind oder nicht. Wird auf jeden Fall auch Spielzeiten geben. Genau. Wenn wir hier nach links gehen, dann seht ihr unser Team. Das ist gerade mein Team. Wir haben vier Reihen mit Goalie und Reserve. Also Reserve. Reserve, wollte ich sagen. Reserve. Wie ihr seht, ich habe hier oben immer Angriff und Verteidigung stehen. Ihr seht auch meine Spieler. Left, Forward, Center, Right, Forward. Right, Wing. Left, Forward ist Basketball. Entschuldigung. Left, Wing. Center, Right, Wing. Und wir sehen auch Defense, ja. Die spielen schon eine Weile zusammen. Das heißt, sie formen solche Ketten. Das bedeutet, dass sie sich aufeinander einspielen und besser spielen. Soweit ich das verstanden habe. Ihr seht auch, die habe ich schon untersucht. Das heißt, ich habe diese Spiele analysieren lassen, um ihre Talente festzustellen. Dieser Spieler zum Beispiel hier, Oskar Ullström. Ein schwedischer Right-Wing mit 56 Sternen. 28 Jahre alt. Ist Magier. Das bedeutet, seine Technik und Kreativität sind erhöht. Genauso wie Scharfschütze. So ein Schießen ist erhöht. Und wenn ihr hier Karten für solche Angelegenheiten kauft oder bekommt, könnt ihr eben auch diesen Skill noch steigern. Ich habe da jetzt leider keine Karten gerade. Und das sind eben meine Reihen. Ihr seht schon, die erste Reihe ist die beste Reihe. Abnehmend nach hinten. Und das sind meine Goalies. Ja, Ute, Lette. Ja, die lettische Flagge. Und ein Deutscher. Das ist eine Reserve. Und in meiner Reservebank sind auch noch ein paar Akademiespieler. Ja, so Akademiespieler lohnt es sich zu holen, wenn ihr Münzen habt. Ja, jeder Akademiespieler kostet zwei bis fünf Münzen. Zwei, wenn ihr random macht. Fünf, wenn ihr eine gewisse Position eventuell einnehmen wollt. Nur weil ich es hier gerade sehe. Wundert euch manchmal nicht über die Namen. Zum Beispiel Lewandowski hat natürlich nichts mit dem Robert Lewandowski zu tun. Sondern hier wurden einfach Namen genommen von Spielern oder Berühmtheiten, bekannten persönlichen aus dem Sport. Und wurden einfach hier zufallsgenerierende Namen. Auch zum Beispiel Thomi ist ein Name, den man kennen sollte. Es gibt den Parker Thomi, Trey Thomi, ehemaliger Augsburger Panther-Trainer. Parker Thomi spielt gerade bei den Eisbären Berlin. Hat gerade die Silbermedaille gewonnen mit der deutschen Nationalmannschaft. Genau, und eben auch noch andere Namen wie Lewandowski und Elsner und was weiß ich, was es da alles gibt, was man definitiv kennen kann. Ich habe da schon ganz viel gesehen. Nöbels natürlich auch, Holzer. Alles Namen, die man kennt, glaube ich, da kennt ihr vielleicht mehr als ich. Gehen wir jetzt hier oben. Seht ihr, zum einen könnt ihr sortieren, wenn ihr euch bestimmte Sachen anschauen wollt. Zum Beispiel Angriff schießen. Wo sind denn da meine Jungs? Seht ihr hier, okay, 54, 50. Also die Sterne verändern sich, ja. Dann seht ihr zum Beispiel auch, warum Stürmer Stürmer sind, ja. Die Defense-Leute haben jetzt nicht so eine hohe Anzahl. Oder Kreativität. Könnt ihr auch schön erkennen. Hier gibt es auch noch so eine kleine Infosache, Aufstellung und Taktik. Könnt ihr euch mal kurz durchlesen, wenn ihr wollt. Genauso Bulli. Wer macht das Bulli? Oder eben eine smarte Aufstellung. Der Coach kann auch automatisch die Aufstellung machen. Wenn wir da jetzt Ja sagen, dann seht ihr schon, werden die Reihen ein bisschen weiter durcheinander gewürfelt. Finde ich persönlich immer nicht. Also es kann sinnvoll sein, muss aber nicht. Wenn euer Team mal eine längere Zeit verloren hat, ist es eventuell sinnvoll. Wenn ihr selber nicht wisst, woran es liegt. Wenn euer Team durchgehend gewinnt, würde ich es nicht verändern. Ich habe es jetzt verändert, natürlich zum Zeigen für das Video hier. Ihr seht also hier, die Ketten waren jetzt vorn ganz mehr da. Hat immer seine Vor- und Nachteile, wenn diese Leute nebeneinander spielen. Weil die sich einfach gegenseitig teilweise unterstützen können. Und das weiß meistens der automatische Coach etwas besser als ihr. Ich habe da auch noch nicht ganz durchgeblickt, wie man das macht. Da müsste man sich mal in Depth mit beschäftigen. Falls dieses Video hier gut ankommt, kann ich das ja mal machen. Dann gehen wir auf spezielle Teams. Hier seht ihr meine Anführer. Das sind einfach Leute, die in dem Sinne eine hohe allgemeine Fähigkeit für Führungsqualität haben. Das sind die Anführer. Das sind meine höchsten Führungsqualitäten. 68, 67, 66. Wenn ihr hier Leute reinsetzt, die eine hohe Anführerqualität haben, dann wird euer Spiel besser laufen. Im Gegensatz dazu, wenn ihr schlechte Leute reintut. Aber auch hier gibt es natürlich eine automatische Aufstellung, die ihr machen könnt. Allerdings zwingt euch das Spiel manchmal selber Entscheidungen zu treffen. Dann müsst ihr es euch selber überlegen. Dann könnt ihr hier diesen Stern Führungsqualität. Dann gibt es noch Shoutouts oder Shootouts. Natürlich da genauso. Angriff, Schießen. Bei Shootouts ist aber nicht nur Schießen wichtig. Vor allem ist bei Shootouts nämlich auch wichtig die Technik und Kreativität. So wie ich das verstanden habe. Genau, ihr seht hier Technik hoch und auch Kreativität. Also Technik wird wohl der wichtigste Aspekt hier sein für die Shootouts. Taktik können wir hier einstellen. Ja, ich mache meine Mannschaft auf vollen Angriff. Wieso mache ich das? Eure Aufstellungen, habe ich ja schon gesagt, haben hier oben Angriff, Verteidigung in verschiedenen Ausführungen. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Sachen verändere, seht ihr schon. Es wird grün, es wird rot, es wird besser, es wird schlechter, es wird besser. Aber auf voller Angriff ist es am besten. Schaut immer, dass ihr diese Werte am höchsten haltet, indem ihr bei jeder Reihe einzeln, das kann für jede Reihe unterschiedlich sein, dass ihr die höchste Sache sucht. Die höchsten Werte für jede Reihe, kann auch sein, dass das mal nicht der volle Angriff ist. Hier haben wir 58, 54, hier haben wir 59. Also zum Beispiel der Angriff einfach auch hier wieder besser. Genauso auch bei diesen Reihen hier sehen wir einfach, nee, voller Angriff ist die beste Reihe, ist die beste Möglichkeit, hier das zu merken. Genau, da ist einfach voller Angriff. Das beste 52 schlechter, 54 schlechter. Nee, wir wollen schön auf Angriff. Goalies, lasst das euren automatischen, also lasst das euren Coach vielleicht für euch machen. Wenn ihr diese automatische Aufstellung macht, macht das das übrigens für alle Reihen, nicht nur für die Reihen, in der ihr gerade drin seid. Also nicht nur für die Torhüter, sondern für alle Reihen. Manchmal lohnt es sich aber auch selber das Ganze zu machen. Ihr seht schon, ich verliere jetzt hier 0,3 Punkte. Aber manchmal, wenn die Torhüter eine längere Zeit schlecht gespielt haben, kommt hier so ein Symbol wie Eis. Dann heißt das, dass er nicht gut spielt momentan. Vielleicht habe ich das hier gerade irgendwo. Nee, habe ich nicht. Meine Spieler sind alle okay. Wenn ein Spieler besonders gut spielt in den letzten Spielen, kriegt er ein Flammensymbol. Neben seinen Namen oder neben seine Nationalität. Und wenn ein Spieler besonders schlecht spielt, kriegt er ein Eis-Symbol. Dann wäre es eventuell zum Beispiel hier sinnvoll, die einmal auszuwechseln für ein Spieler oder zwei. Dann ist hier noch meine Reservebank. Wie gesagt, meine ganzen Akademiespieler. Ihr seht schon, warum die hier sind. Die sind deutlich schlechter. Taktik eben voller Angriff. Hier gibt es dann noch taktische Entscheidungen, die ihr treffen könnt. Die müsst wirklich ihr treffen. Die können euer Spiel enorm beeinflussen, wie ihr spielt. Ich habe jetzt hier beides auf gemischt. So ein Eintritt und so ein Ausbruch ist gar nicht so sinnvoll für meine Aufstellung tatsächlich. Das werde ich jetzt auch gleich verändern. Denn was bedeutet das Ganze hier? Dafür muss man sich ein bisschen mit Eishockey auskennen. Ich kann euch sagen, was das im Eishockey-Jargon bedeutet. In etwa, ich kann euch nicht sagen, wie dieses Spiel technisch gesehen damit umgeht. Denn dieses Spiel muss ja irgendwie zufallsgeneriert den Algorithmus laufen lassen, der dieses Spiel dann austrägt. Wie das allerdings dann funktioniert, rein rechnerisch, informatisch, kann ich euch nicht sagen. Das weiß ich einfach nicht. Aber zu einem Eintritt kann Dump'n'Chase mäßig passieren, kontrolliert oder gemischt. Dump'n'Chase ist aggressiver, kontrolliert ist defensiver. Wir spielen aber aggressiv, wir wollen Dump'n'Chase. Dump'n'Chase heißt, wir checken viel, gehen auch in die Zone so rein, dass wir den Puck vorspielen und hinterherjagen. Gibt es eben auch schön im Eishockey zu sehen. Kontrolliert ist einfach mehr auf Schüsse, mehr auf defensiver ausgelegt, ein bisschen kontrollierter. Man verliert den Puck nicht so leicht, aber kann auch halt schief gehen. Wir wollen Dump'n'Chase. Zon'Ausbruch, auch wieder interessant. Wie gehen wir zurück über die Zone in unser eigenes Drittel? Machen wir es gemischt, machen wir es über die Bande, machen wir es kontrolliert. Auch hier gibt es eigentlich kein richtig, kein falsch. Je nach Lage kann es halt euer Spiel extrem verändern. Über die Bande wäre wieder etwas aggressiver gemischt, ist da so ein bisschen mittendrin. Kontrolliert ist eben wieder das defensivere. Natürlich könnt ihr auch, wenn ihr eine konterstarke Mannschaft seid, eventuell über die Bande eher machen. Wenn ihr eine nicht so konterstarke Mannschaft seid, wäre kontrolliert für euch besser, damit ihr keine Tore kriegt. Ich würde jetzt hier in dem Fall auf gemischt bleiben. Das ist einfach dann so ein Mittelding. Wenn ihr euch nicht sicher seid, bleibt bei gemischt. Auch für die Defensive können wir uns eine Strategie überlegen. Ihr seht auch hier, wie diese Leute sich dann orientieren, hin zum Bulli-Punkt, beziehungsweise in eurem Drittel. Es gibt eben das klassische 1-3-1. Es gibt das 2-2-1, wo eben zwei vorne bleiben und drei sich zurückziehen. Es gibt die 2-1-2-Zone, wo eben auf Zone gespielt und defensiv verteidigt wird. Aber es gibt auch die 2-1-2-Puck, dass man sich auf den Puck so ein bisschen orientiert. Auch hier kann ich euch gar nicht sagen, was das Beste ist. Schaut euch einfach an, was ihr gut findet. Habt ihr eine defensivstarke Mannschaft, würde ich eher mich auf die Zone oder das 1-3-1 stürzen. Habt ihr eine offensive stärkere Mannschaft, dann vielleicht eher auf den Puck oder auf das 2-2-1. Ich werde jetzt hier 2-1-2-Puck, hatte ich glaube ich gerade, würde ich auch, denke ich, dabei bleiben. Überzahl, wenn ihr also in Überzahl geratet, was soll eure Mannschaft machen? Soll sie eher viel schießen, soll sie gemischt Kontrolle vielleicht lieber behalten, dass man keine Konter reinläuft. Ich werde jetzt hier auch Schüsse stellen, denn ich möchte natürlich möglichst viele Tore machen. Ihr seht schon, ich spiele hoch-aggressiv. Unterzahlverteidigung, wollen wir die eng, wollen wir sie groß, wollen wir sie ausgeglichen. Ausgeglichen ist in dem Fall auch vollkommen in Ordnung. Leider erklärt das Spiel nicht ausreichend genug, finde ich, wie diese Taktik sich auf euer Spiel auswirkt. Und ich kann es euch leider auch nicht erklären. Wie gesagt, falls es euch interessiert, schreibt es mal in die Kommentare, dann lese ich mich mal da ein und versuche euch das in einem extra Video zu erzählen. Eiszeit Priorität, ja, das ist für Reihen 1-2-3-4. Natürlich, unsere ersten beiden Reihen sind die besten, deswegen geben wir hier hohe Eiszeit Priorität. 3 und 4 ist nicht so gut, deswegen geben wir mittlere. Also, wieso gebe ich nicht intensiv oder niedrig? Ich würde euch generell davon abraten, intensiv oder niedrig zu geben. Es macht einfach keinen Sinn. Eure Reihen haben während dem Spiel eine gewisse Ausdauer. Und wenn diese Ausdauer niedrig wird oder erschöpft ist, dann spielen eure Reihen, egal wie gut sie sind, grottig. Grottenschlecht. Intensiv verbraucht einfach unglaublich viel Energie. Das heißt, es kann euch passieren, dass eure Reihe im Spiel die Energie ausgeht. Das wäre sehr schlecht. Niedrig bedeutet, eure Reihe wird fast nie spielen und dadurch spielen die anderen Reihen auch mehr. Also, wenn ihr hier was auf hoch habt, dann macht niemals die anderen auf niedrig. Niedrig nur, wenn ihr alle Mittel habt und keinen hoch, keinen intensiv. Generell lasst einfach niedrig und intensiv weg, das braucht ihr nicht. Wenn ihr wollt, dass die Reihe mehr spielt, macht es auf hoch. Wenn ihr wollt, dass sie weniger spielt, macht es auf mittel. Wenn ihr jetzt wirklich eure Reihe 4 hättet und euer ganzes Team ist irgendwie Stufe 40, 50 und eure vierte Reihe ist Stufe 20, dann macht die auf niedrig, ja. Aber wenn euer Team so ausschaut, dann läuft eh irgendwas falsch. So, wir sind auch schon bald durch. Wir gehen jetzt noch in die Statistiken rein. Das ist im Endeffekt das, was ich euch vorhin schon gezeigt habe, über die Sterne. Wir haben ja allgemeine Statistiken, die wir uns anschauen können. Wir haben Finanzen, die wir uns anschauen können. Wie viel ist jeder Spieler wert? Wir sehen schon hier, manche Spieler von mir sind doch recht viel wert. Wir können auch sortieren nach Wert. Meine Wertvollste Spieler ist 336.000 wert. Wir können auch nach Gehalt sortieren. Das sind alles so ein paar Statistiken, die ganz nett sind. Mein bester Spieler, vertragliche Dauer. Da können wir einfach eine Menge Sachen machen, die ganz nett sind. Fähigkeiten, das ist eher das Wichtigere. Alle Spieler zum Beispiel. Oder wir können uns einfach nur auch von allen Rechtsaußen die Ausdauer anschauen. Können nach Geschwindigkeit sortieren. Ihr versteht schon. Ihr habt, glaube ich, die Idee bekommen, da könnt ihr einfach mal ein bisschen rumspielen. Es kann teilweise sinnvoll sein, das hier sich auszukennen. Denn vielleicht sagt ihr, hey, irgendwie fehlt mir bei den speziellen Teams noch jemand, der echt gut ist im Shootout. Dann sortiert halt nach Fähigkeiten. Sortiert nach Mittelstürmern, Linksaußen, wie auch immer. Und sortiert halt einfach mal nach Technik. Angriff. Und könnt dann, also genau, Angriff sortieren. Und sortiert dann nach Technik. Dann seht ihr, gut, den könnte ich da hinpacken. So viel dazu. Das ist hier noch Home. Hier haben wir noch Club. Im Club können wir unser Stadion sehen. Hier auch eine kleine Erklärung vom Spiel. Wir sehen unser Kurt-Frenzel-Stadion. Unsere Kapazität 11.500. Arena-Komfort und Fan-Unterstützung. Sitze, Stände, Wipp-Plätze. Restaurant, Bars, Fastfood, Einkaufen. Wir sehen die Stufe. Wir sehen, dass ich gerade hier Fernbereich nochmal ein bisschen pushe. Das mache ich hier alles nach unten ab. Schallung, Merchandise, Sitze, Anzeigetafel. Dann bin ich bald Stufe 10. Kann mit meinem Eishockey-Stadion nochmal aufsteigen. Ihr seht auch, hier habe ich schon alles auf 10 gemerkt. Transfer, Geschäftsführung, Training und Akademie. Das kann ich nur auf jeweils eine Stufe machen. Dann muss ich mein... Also es muss immer auf derselben Stufe sein, basically. Oder kann maximal eine Stufe über dem Eishockey-Stadion sein. Also wenn mein Eishockey-Stadion Stufe 9 ist, kann ich die anderen Sachen nur maximal Stufe 10. Aber nicht 11. Genau. Natürlich kann ich es aber viel niedriger lassen. Macht aber keinen Sinn. Es macht am allermeisten Sinn, immer die Sachen hier unten zu upgraden, bevor ihr euer Eishockey-Stadion upgradet. Vor allem Training ist wichtig zu upgraden. Ihr seht auch bei Verbesserungen, was dann Trainingseffizienz oder Plätze für individuelles Training werden erhöht. Oder bei Geschäftsführung seht ihr, sehen wir auch zum Beispiel den Verlauf meines Kontostands. Oder halt auch der Chefcoach. Es gibt bessere Chefcoaches. Können wir uns bessere raussuchen. Aus Herausforderung spricht der Liste. Ist tatsächlich gar nicht schlecht, weil ich gegen so gute Leute hier spiele. Den hole ich mir vielleicht sogar. Verteidigung, Verteidigung, Unterzahl, Unterzahlverlängerung, Herausforderung. Da auch schauen, dass ihr einen Coach nehmt, der möglichst hohe Sterne hat. Ich habe jetzt einen Coach, welcher 54 Sterne hat und offensiv unterstützend ist. Jetzt will ich aber tatsächlich die mit 58 Sternen, die bei Herausforderungen die Leistung meines Teams steigert. Denn ihr habt ja gesehen, dass ich viel gegen Teams spiele, die besser sind als ich. Und außerdem ist diese Coach, oder diese Coachin, oder dieser Coach, kein Papst, ein Frau oder ein Mann ist, mit ihrer Erfahrung, 58 Sternen über der Erfahrung meines Teams. Was auch mein Team noch weiterhin pushen wird. Das heißt, mein Team kann sich auch nur so weit entwickeln, basically, wenn der Coach Sterne hat. Deswegen möchten wir jetzt diesen 58 Sternen-Coach. Aber überlegt euch das gut. Warum? Ihr seht schon unten 35 points für diesen Coach. Wir haben gerade mal 70. Deswegen, wenn ihr einen Coach verpflichtet, verpflichtet ihn gleich für 5 Spielzeiten. Für die maximale mögliche Dauer, auch wenn ihr den so lange gar nicht haben wollt. Aber das erspart euch Kosten im Nachhinein. Gehalt ist mittel immer passend. Ihr könnt auch ein bisschen feilschen mit dem. Aber das ist im Normalfall komplett egal. Also diese Coaches werden auf der mittleren Stufe immer euer Angebot annehmen. Und ihr seht schon, jetzt haben wir einen besseren Coach. Eine Russin oder eine Russe. So, Transfer natürlich genauso wichtig. Wir können Spieler scouten. Zufällig, Defense, Center Forward. Oder Four Wing. Goalie. Wir brauchen jetzt eigentlich nicht, ich kann auf Zufall einfach machen. Können, dann seht ihr eventuell auch. Da ist ja einer, der ist echt verdammt stark. Zum Beispiel hier. Niemand. Und 55, Right Wing. Aber ich habe glaube ich bessere Right Wings. Deswegen brauchen wir es jetzt nicht. Auch hier seht ihr wieder ein bisschen sowas. Also es gibt immer so Infokacheln auch, die ihr euch anschauen könnt. Ja, Training genauso wichtig natürlich. Ihr könnt individuelles extra Training noch für Punkte machen. Macht aber in dem Fall gar keinen Sinn. Das kostet euch viel zu viel. Macht die normalen Trainings am Tag. Das reicht. Ich habe gerne immer Akademiespieler, da ich diese versuchen kann einfach zu verbessern. Ab und zu übernehme ich auch Akademiespieler. Tatsächlich, weil die so gut werden, dass sie andere Spieler ablösen. Weil sie so gut werden. Meistens eben in der vierten Reihe. Deswegen, es lohnt sich immer. Die steigen extrem schnell auf, was die Sterne angeht. Fangen natürlich auch weiter unten an. Aber steigen auch extrem schnell auf. Oftmals ist es so, dass sie sich nicht genug verbessern, um ins Team aufgenommen zu werden. Wie jetzt zum Beispiel er hier. Ja, sein Vertrag läuft in 18 Stunden aus. Er ist gerade mal auf 49 Sternen. Das reicht nicht fürs Team. Deswegen wird sein Vertrag einfach auslaufen. Lasst es einfach auslaufen. Wenn ihr es auflösen wollt, zahlt ihr nämlich wieder eine Gebühr. Das wollen wir nicht. Und ja. Hier noch das Wallet. Das habe ich euch schon gezeigt. Gut. Soviel dazu. Solltet ihr noch Spiele sehen wollen von mir, wie ich spiele, könnt ihr das gerne anmerken. Ansonsten bin ich mir sicher, dass ihr selber auch spielen könnt. Falls ihr nochmal ein extra Video wollt zu den Aufstellungen, was das alles bringt eventuell, zu den Taktiken, werde ich mich da mal informieren und kann es euch nachliefern. Ansonsten kann ich euch mal ein Spiel auch zeigen und nachliefern, wenn es euch interessiert. Soweit erstmal zu den Basics, was ich empfehle. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.